Und seine zwölf Jünger herzurufend, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, auf dass sie sie austrieben und genesen ließen von jeder Krankheit und jeder Gebrechlichkeit. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese. Der erste, Simon, der benannt wird Petrus, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebidois, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomeus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kananeer, und Judas, der Iskariote, der ihn auch verrät. Diese zwölf schickte Jesus aus, indem er sie anwies und sagte, In einem Weg der Nationen sollt ihr nicht hineingehen, und in eine Stadt der Samariter sollt ihr nicht hineinkommen. Gehet aber vielmehr zu den Schafen, den Verlorenen des Hauses Israels. Wenn ihr aber gehet, heroldet und saget, genahet hat sich das Königreich der Himmel. Hinfällige lasset genesen, Tote erweckt, Aussätzige reinigt, Dämonen treibet aus. Umsonst erhiertet ihr es, umsonst gebet es. Nicht solltet ihr Gold, noch Silber, noch Kupfer erwerben in eure Gürtel. Keinen Bettelsack für den Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen, noch ein Stab. Denn wert ist der Werker seiner Nahrung. In welche Stadt aber, oder welches Dorf ihr auch eingeht, er gründet, wer darin würdig ist, und dort bleibt, bis ihr solltet hinausgehen. Wenn ihr aber eingeht in das Haus, so grüßet es, und so das Haus zwar würdig ist, so komme euer Friede auf dasselbe. So es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede um auf euch. Und wer da sollte euch nicht annehmen, noch auf eure Worte hören. Wenn ihr aus jenem Hause, oder jener Stadt, oder jenem Dorfe herauskommt, schüttelt den Staub ab von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, erträglicher wird es sein dem Lande Sodoms, oder dem Lande Gomorras, am Tage des Gerichts, als jener Stadt. Siehe, ich schicke euch aus, wie Schafe in die Mitte der Wölfe. Werdet nun besonnen wie die Schlangen und artlos wie die Tauben. Nehmt euch aber in Acht vor den Menschen. Denn sie werden euch überliefern den Synidrien, und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Aber auch vor Regenten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, zum Zeugnis ihnen und den Nationen. Wenn sie euch aber überliefern, solltet ihr euch nicht darum sorgen, wie oder was ihr solltet sprechen. Denn in jener Stunde wird euch gegeben werden, was ihr solltet sprechen. Denn nicht ihr seid es, die da sprechen, sondern der Geist eures Vaters, der in euch spricht. Es wird aber der Bruder den Bruder überliefern zum Tode, und der Vater das Kind, und Kinder werden aufstehen gegen die Eltern und werden sie bringen zum Tode. Und ihr werdet sein von allen gehasst um meines Namens willen. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die anderweitige. Denn wahrlich, ich sage euch, keinesfalls solltet ihr fertig werden mit den Städten Israels, bis dass da komme der Sohn des Menschen. Nicht ist der Jünger über seinen Lehrer, noch der Sklave über seinen Herrn. Genügend ist es dem Jünger, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Besebul zubenennen, wie viel mehr seiner Hausgenossen? Nun, so fürchtet euch nicht vor ihnen, denn nichts ist bedeckt, das nicht aufgedeckt werde, und verborgen, das nicht bekannt werde. Was ich euch sage im Finstern, das saget im Licht. Und was ihr in das Ohr hört, das hier rolldet auf den Flachdächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten, die Seele aber nicht können töten. Fürchtet aber vielmehr den, der der kann auch Seele und Körper umbringen in der Gehenna. Verkauft man nicht zwei Spätzlein für einen Groschen? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Von euch aber sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt. Jeder nun, der sich zu mir wird bekennen vor den Menschen, zudem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln. Wer mich aber sollte verleugnen vor den Menschen, auch ich werde ihn verleugnen vor meinem Vater in den Himmeln. Nicht solltet ihr meinen, dass ich kam, Frieden zu werfen auf die Erde. Nicht kam ich zu werfen den Frieden, sondern das Schwert. Denn ich kam, zu entzweien den Menschen mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter lieber hat als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter lieber hat als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer seine Seele findet, wird sie umbringen. Und wer seine Seele umbringt meinetwegen, wird sie finden. Der euch annimmt, der nimmt mich an. Und der mich annimmt, der nimmt den an, der mich ausschickt. Der einen Propheten annimmt, in eines Prophetennamen, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Und der einen Gerechten annimmt, in eines gerechten Namen, der wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer da sollte einen dieser Kleinen nur mit einem Becher kühlen Trunkes tränken, in eines Jüngers namen? Wahrlich, ich sage euch, keinesfalls würde er seinen Lohn verlieren. Und es geschah, als Jesus vollendet, anzuordnen seinen zwölf Jüngern, dass er von dort weiterging, zu Lehren und zu Herolden in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und sagte zu ihm, Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen Anderweitigen hoffen? Und als Antwort sagte Jesus zu ihnen, Wenn ihr gegangen, verkündet Johannes, was ihr hört und erblickt. Blinde erblicken und Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt und Taubstumme hören und Tote erwachen und Amen wird Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer da sollte in keinen Fallstrick geraten durch mich. Da diese aber gingen, begann Jesus zu sagen zu den Scharen von Johannes, Was kommt ihr heraus, in die Wildnis anzuschauen? Ein Rohr, vom Winde gerüttelt? Sondern was kommt ihr heraus zu gewahren? Einen Menschen mit weichen Kleidern angetan? Siehe, die, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Sondern was kommt ihr heraus, einen Propheten zu gewahren? Ja, ich sage euch, auch überaus mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem ist geschrieben. Siehe, ich schicke meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg herrichten wird vor dir. Wahrlich, ich sage euch, nicht hat sich erhoben unter den von Weibern Geborenen ein Größerer als Johannes der Täufer. Der Kleinere aber, im Königreiche der Himmel, ist er größer als er. Von den Tagen Johannes des Täufers aber bis jetzt wird dem Königreich der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttätige raffen es an sich. Denn alle die Propheten und das Gesetz prophezeien bis auf Johannes, und wenn ihr wollt ihn annehmen, er ist Elias, der sich anschickt zu kommen. Der Ohren hat zu hören, der höre. Wem aber soll ich diese Generation vergleichen? Gleich ist sie kleinen Kindern, sitzend in den Märkten, die den Anderweitigen zurufen und sagen, wir flöten euch und ihr tanzt nicht, wir singen Totenlieder und ihr wehklagt nicht. Denn es kam Johannes, weder essend noch trinkend, und sie sagen, einen Dämon hat er. Es kam der Sohn des Menschen, essend und trinkend, und sie sagen, siehe, der Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllnerfreund und der Sünder. Und gerechtfertigt war die Weisheit durch ihre Werke. Dann begann er Vorwürfe zu machen den Städten, in denen seine meisten Machttaten geschahen, da sie nicht umsinnen. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bezeider, wenn in Tyrus und Südorn die Machttaten wären geschehen, die in euch geschehen, längst hätten sie in Sacktuch und Asche sitzend umgesinnt. Indes sage ich euch, für Tyrus und Südorn wird es erträglicher sein am Tage des Gerichts als für euch. Und du, Kapernaum, nicht bis zum Himmel erhöht wirst du werden, bis ins Ungewahrte wirst du herabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Machttaten wären geschehen, die in dir geschehen, es würde bleiben bis heute. Indes sage ich euch, dem Lande Sodoms wird es erträglicher sein am Tage des Gerichts als dir. Zu jener Frist antwortete Jesus und sagte, Ich huldige dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, da du dieses verbürgst vor Weisen und Verständigen und es enthüllst den Unmündigen. Ja, Vater, denn also ward es deine Lust vor dir. Alles ward mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn beschließen mag, ihn zu enthüllen. Herr zu zu mir alle, die sich mühen und beladen sind, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist milde und meine Last ist leicht. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon, strebe nach dem Weg, der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit würde ich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und das Fibelheft